Ja, endlich, es geht wieder los. WAC gegen Hartberg. WAC mit bald das wichtigste Spiel der Vereinsgeschichte, UEFA Cup gegen Tottenham Hotspur, muss sich jetzt aber trotzdem noch mit Hartberg beschäftigen, weil man braucht Punkte, um bei den ersten Sechs zu bleiben. Man ist mittlerweile Sechster mit 17 Punkten, aber Hartberg ist Achte mit 14 Punkten und das ist nicht so schlecht. Wenn Hartberg gewinnt, ist man Punkte gleich mit WAC und ist immer noch alles möglich. Aber WAC natürlich der große Favorit in diesem Spiel. Man hat den Röcher zurückgeholt aus Deutschland, der früher bei Sturm Graz gespielt hat, ein super Transfer. Und Hartberg hat einen Schmierböck geholt. Schmierböck war bei WAC, war er vielleicht nicht der wichtigste Spieler, aber ein interessanter Spieler, super Linksfuß. Meistens gibt es Fußballgeschichte. Schmierböck trifft gegen seinen Ex-Verein. Ich hoffe von WAC nicht, aber es wird ein spannendes Spiel. WAC muss gewinnen. Vielleicht mit den Elfmetern, wo der Lindl noch einmal schießen darf. Letzte Woche verschossen gegen Sturm Graz. Dieses Mal glaube ich, dass Lindl wieder treffen wird. WAC der Favorit. Darum Tipp 1.